Aber ich glaube nicht an Gottes Sohn. Was sagt die Heilige Schrift? Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, der nennt den Vater einen Lügner. Und wer den Vater einen Lügner nennt, der ist in seinem Gericht, sagt die Heilige Schrift. Der ist schon in seinem Gericht. Ihr nennt Gott den Vater einen Lügner, wenn ihr das Zeugnis des Vaters nicht annimmt, was der Vater über seinen Sohn abgelegt hat. Lesen wir mal. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, jeder Mensch, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, jeder Mensch, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen. Wenn du nicht glaubst, dass Gott, Jesus Christus, das Wort Gottes, ins Fleisch gekommen ist, das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Und die Heilige Schrift sagt, wenn du nicht glaubst, dass das Wort Gottes, Jesus, Fleisch wurde, so hast du einen antichristlichen Geist. Weil dein unerlöster Geist, der noch in seinen Sünden ist, kann ich bekennen, dass Jesus der Herr ist. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der Heilige Geist, welcher in euch ist, größer ist als der antichristliche Geist, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Der Heilige Geist hört einen anderen Bruder oder Schwester, der durch den Heiligen Geist spricht. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes, darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Was denkt ihr denn? Denkt ihr Muslime wirklich, dass ihr uns bestätigen könnt? Nein, könnt ihr nicht. Ihr werdet niemals Frieden haben in euren islamischen Ländern, weil ihr nicht den wahren Gott anerkennt. Ihr werdet niemals Frieden haben. Ihr werdet niemals den wahren Gott anerkennen, wenn du nicht den Sohn anerkennst. Der Teufel kommt nur, um zu lügen, zu töten und zu zerstören. Und das tut dein Islam zum Beispiel seit 1400 Jahren, wo es keinen Frieden gibt, seit 1400 Jahren. Im Nahen Osten gibt es keinen Frieden seit 1400 Jahren. Jesus Christus ist der Prinz des Friedens. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Jesus ist unser Friedefürst. Es wird niemals Frieden kommen unter dem Islam, im Islam und im Nahen Osten wie in Syrien, Irak, Iran, Libanon, Afghanistan, Saudi-Arabien, Jemen und alle Länder, die nicht an den Sohn Gottes glauben. Und niemals wird Frieden herrschen in euren Ländern, denn ihr kennt weder Frieden, noch kennt ihr die Liebe Gottes. Denn die Liebe Gottes ist zu finden im Sohn Gottes, Jesus Christus. Niemand kann zu mir kommen, spricht der Sohn Gottes, er sei denn, der Vater zieht ihn zu mir. Niemand kann zu mir kommen, er sei denn, der Vater lässt es auch zu. Wenn du nicht an den Sohn Gottes glaubst, dann bist du nicht auserwählt vom Vater. Möge der Vater dich retten und dich übergeben dem Herrn Jesus Christus. Niemand kann zu mir kommen, er sei denn, es ist vom Vater gegeben worden. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Daran ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott, der Vater, seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch den Sohn leben sollen. Daran besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und wir bezeugen, dass Gott, der Vater, den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Machen wir mal hier einen Cut. Diese Liebe finde ich nicht im Islam. Allah hasst die Kufar. Obwohl laut der Bibel ihr die Kufar seid, weil ihr nicht an den Sohn Gottes glaubt. Eine Doppelmoral in sich. Allah sagt in Surah 5, 27, 29, tötet alle Menschen, die nicht den Islam annehmen und an den jüngsten Tag glauben. Jani, wollt ihr mich verarschen, dass ihr sagt, Allah hat das Injil herabgebracht zur Rechtslechtung der Menschen und sagt in seinem neuen Buch namens Koran, dann tötet die Juden und die Christen. Würde der Gott der Bibel 600 Jahre später sagen, tötet die Juden und die Christen. Ist Allah der Gott der Bibel oder ist Allah in Wahrheit überhaupt kein Gott, sondern Luzifer, die Schlange, die den ganzen Erdkreis verführt, eine Religion gegründet hat, um die Christen und die Juden und die Menschen, die nachher kommen, zu verwirren, zu verführen und in die ewige Hölle zu schmeißen. Denn was schickt dich in die Hölle? Genau das, was der Islam lehrt, schickt dich laut der Bibel in die Hölle. Zum Beispiel. Genau das schickt dich in die Hölle. Das, was der Islam lehrt, das widerspricht sich mit der Lehre der Juden und der Christen. Das sage ich nicht, damit ich dich beleidige, sondern damit du mal klar darüber nachdenkst. Die Bibel sagt, wenn du nicht den Geist Gottes hast und du kannst nur den Geist Gottes empfangen durch Gott den Sohn und ich werde, sagt der Herr Jesus, ich werde zu rechten Gottes des Vaters gehen, von dort aus werde ich euch den Heiligen Geist senden von meinem Vater in meinen Namen. Wie wollt ihr den Geist Gottes empfangen, wenn ihr nicht an den Sohn Gottes glaubt? Was gibt euch ewiges Leben laut der Heiligen Schrift in der Bibel? Glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Glaube, dass Jesus das Wort Gottes, Gott im Fleisch ist. Glaube, dass der Herr Jesus Christus für deine Sünden und für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz gestorben ist und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden ist. Durch dieses Bekenntnis mit dem Herzen und mit dem Mund hast du ewiges Leben und wirst niemals gerichtet werden. Und der Islam kommt 600 Jahre später kommt der Islam und verleugnet den Sohn Gottes, verleugnet die Kreuzigung, verleugnet die Auferstehung, verleugnet das Sühnopfer Jesus Christus. Somit ist diese Religion aus biblischer Sicht satanisch, teuflisch und nicht von Gott. Somit ist es ein verfluchtes Evangelium, Galater 1, Vers 8. Und somit hat der Satan ein Mittel geschafft, eine Religion, eine Ideologie, um zwei Milliarden Menschen in die ewige Hölle zu werfen. Hebräer 9, 22. So gibt es keine Vergebung ohne das Blutvergießen. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das Lamm Gottes, Jesus Christus, hat sein Blut für dich vergossen am Kreuz von Golgatha und sagte dann, Vater, diejenigen, die ihn gekreuzigt haben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der, der keine Sünde kannte, Jesus Christus, der hat unsere Sünden auf sich genommen und durch sein Blut sind wir reingewaschen worden. Jani, wollt ihr ernsthaft? Die Vergebung der Sünden, den Sohn Gottes, die Kreuzigung, die Auferstehung, die laut dem Kodex Sinaticus seit über 1600 Jahren, über 24.000 Manuskripte, über 3000 Prophezeiungen, über 2000 erfüllte Prophezeiungen, wollt ihr die Heilige Schrift verändern? Der Koran ist in sich ein Widerspruch. Der Koran ist nicht inspiriert durch den Geist Gottes. So wie alle Schriften, die nicht den Sohn Gottes bezeugen, sind nicht von Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Der einzige Weg zu Gott, den Vater ist, ich bin der Weg, spricht der Herr, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zu Gott, den Vater, außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt und von nun an erkennt ihr Gott, den Vater und ihr habt Gott, den Vater schon gesehen. Dann fragt Philippus, Herr, zeig uns doch den Vater. Dann spricht der Herr Jesus Christus, Philippus, so lange Zeit bin ich bei dir und du hast mich noch nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, der hat Gott, den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Weißt du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Jesus Christus ist eins mit Gott, dem Vater. Ich und der Vater sind eins. Johannes 10, Vers 30. Denkt darüber nach. Vergebung der Sünde nur durch das Blutvergießen. Was sagt Johannes? Siehe, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinweg nimmt. Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Jesus Christus ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Ich habe keine Lust, dass diese antichristlichen Geister ihren Senf dazugeben. Darum belassen wir es so, weil diese Menschen sind nur da, um zu hetzen und in die Kommentare Blödsinn reinzuschreiben. Und ich lasse nicht zu, dass diese antichristlichen Geister, die nicht den Heiligen Geist haben, Blödsinn in die Kommentare reinschreiben. Aber ich predige dir gerne das Wort Gottes. Und ich fange an, auswendig dir mal die 14 Verse für die Ewigkeit dir mal zu sagen. Nämlich, im Anfang war das Wort. Wer ist denn das Wort? Jesus Christus. Offenbarung 19. Man nennt ihn das Wort Gottes. König der Könige, Herr der Herren. Im Anfang war das Wort Jesus und das Wort Jesus war bei Gott Vater und das Wort war Gott selbst. Jesus ist Gott. Im Anfang war es bei Gott, dem Vater. Im Anfang war Jesus bei Gott, dem Vater. Ein Gott, ein Wesen. Alles ist durch das Wort Jesus entstanden und ohne das Wort Jesus ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Alles ist durch Jesus Christus entstanden und ohne Jesus das Wort ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, in Jesus war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Es war, es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Johannes sollte Zeugnis geben von dem Licht, von dem wahren Licht, das in die Welt kommen soll. Nicht Johannes war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, Jesus war in der Welt und die Welt ist durch Jesus geschaffen worden, Johannes 1,10, doch die Welt erkannte ihn nicht. Jesus kam in sein Eigentum und seine eigenen Geschöpfe, die Menschen, haben ihn nicht angenommen. Alle aber, alle Menschen, die Jesus, den Sohn Gottes, angenommen haben, denen gab Gott, der Vater, das Anrecht, auch Kinder Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glaubten, die weder aus dem Blut noch aus den Willen des Mannes noch aus den Willen des Fleisches, sondern die, die aus Gott geboren sind und das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der selbst Gott ist, er hat uns den Vater gezeigt. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Er ist Rabbuni. Er ist Elohim. Er ist El Shaddai. Er ist der König der Könige. Offenbarung 19. Meine lieben Muslime, Hebräer sagt uns ganz klar, in Hebräer 9, Vers 22, die Vergebung der Sünden gibt es nur durch das Blutvergießen. Jesus hat sein Blut für dich vergossen. Denn so sehr hat Gott dich geliebt, egal ob du Muslim bist, Christ, Hinduist, Buddhist, Esoteriker, Agnostiker, Atheist. Es ist völlig egal. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für dich sandte, damit jeder Mensch, der an den Sohn Gottes glaubt, nicht verloren in die Hölle geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die ganze Welt durch den Sohn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird niemals gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat, wird er für alle Ewigkeiten gerichtet werden, wenn er nicht an das Werk, das Gott, der Sohn, am Kreuz für dich getan hat. Er hat sein göttliches Blut für dich vergossen und ist wahrhaftig am dritten Tag auferstanden. Und wer das verleugnet, der spricht aus dem Teufel. Wer das Sühnopfer am Kreuz und die Auferstehung verleugnet, der spricht aus dem Teufel. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in Jesus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throner oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch Jesus und für Jesus geschaffen. Und Jesus ist vor allem und alles hat seinen Bestand in Jesus Christus. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Lesen wir mal die Anbetung des Lammes. Wenn du als Moslem oder Andersgläubiger eines Tages dein Knie beugen wirst, eines Tages wirst du dein Knie beugen vor dem Herrn Jesus Christus und deine Zunge wird ihn als Gott bekennen. Aber es wird zu spät sein, wenn du ihn auf der Erde nicht annimmst. Lesen wir mal Offenbarung 5, Offenbarung 5, die Anbetung des Lammes. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor Jesus dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Hafe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du, Jesus, bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völker und Nationen und du hast uns zu Königen und zu Priestern gemacht für unseren Gott und Vater und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron Gottes und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engel. Die sprachen alle mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, Jesus Christus, das geschlachtet worden ist zu empfangen, Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Lob und jedes Geschöpf, jedes Geschöpf im Universum, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, der Vater und dem Lamm, Jesus Christus, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jedes Geschöpf wird den Herrn Jesus Christus in seine Göttlichkeit anbeten. So wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welcher will. Der Vater richtet keinen Menschen, sondern alles Gericht hat er seinem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie auch den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt Gott den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und wir lesen in Jesaja Altes Testament, Jesaja 42, Vers 8, was? Ich gebe meine Ehre niemanden. Gott gibt seine Ehre keinem niemanden. Was sagt der Sohn? Wer mich nicht ehrt, der ehrt Gott den Vater nicht. Warum sagt das der Sohn? Weil der Sohn kein Prophet ist oder irgendein Geschöpf, sondern er ist der Herr der Herrlichkeit, der König, der Könige, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, die Auferstehung und das Leben, das Brot des Lebens, die Tür zu den Schafen, das ewige Leben, Jesus Christus. Er ist nicht ein Geschöpf, er ist ein Wesen mit Gott dem Vater. Er ist das Wort Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8, Jesus war, Jesus ist und wird für alle Ewigkeiten derselbe sein. Er war gestern derselbe, er war vor einer Milliarde Jahre derselbe und er wird für alle Ewigkeiten derselbe sein. Jesus Christus, der allmächtige Gott. Und der allmächtige Gott wurde Mensch. Denn euch ist heute in der Stadt Davids, in Bethlehem, der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Lukas 2,11 Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm seinen, den Thron von seinem Vater David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs. In Ewigkeit wird Jesus regieren. Das heilige Kind, das geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden. Jesus wurde von Anfang an von allen Propheten, von Engel Gabriel als den Sohn des Höchsten, den Sohn Gottes. Gott manifestiert im Fleisch. Jesaja 9,5 Johannes 1,14 Philippa Kapitel 2 Abvers 5 bis 9 kannst du auch lesen. Jesus ist nicht einfach nur ein Prophet, er ist Gott in Menschengestalt. Und das wollt ihr nicht verstehen. Und das ist der Geist des Antichristen. der das leugnet. Was leugnet der Geist des Antichristen? Wer ist ein Lügner? Welcher nicht der? Welcher leugnet, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn Gottes leugnet, der hat den Vater nicht. Wer den Sohn Gottes bekennt, der hat auch den Vater. Der Geist des Antichristen leugnet, dass Jesus, das Wort Gott, ins Fleisch gekommen ist. So, ich hoffe, das war jetzt genug, um diesen Menschen, die irgendwelche Lügen erzählen über den Herrn Jesus Christus, eine Lehre. Uhrzeit, FFM-Zeit. in Frankfurt am Samstag. Ich habe noch keine Uhrzeit. Ich werde noch rechtzeitig die Uhrzeit geben, wann wir evangelisieren. In Frankfurt. Jesus wurde vor der Grundlegung der Welt erwählt als Ritter. Amen. Das stimmt. Lesen wir das mal. Ich kenne sogar den Vers. Schalom. Johannes 17. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel an vor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche, gleich wie du ihm die Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt geschaffen wurde. Noch bevor die Welt geschaffen wurde, Vater und Sohn, ein Gott. Gott ist kein Mensch und nicht der Sohn eines Menschen, hast du gut recherchiert mit deiner sinnlosen Dauerzeit. Aber ich kann dir sagen, Amen. Aber Jesus ist auch kein Mensch, sondern er hat Menschengestalt hinzugefügt. Jesus Christus in seine Gottesgestalt hat Menschengestalt hinzugefügt. Aber da du ja auch wahrscheinlich keine Ahnung hast von Neuem Testament oder von Philippa Kapitel 2, dementsprechend. Amen. Gott ist kein Mensch und kein Menschenkind. Jesus ist auch kein Mensch. Jesus in seine Gottesgestalt hat Menschengestalt hinzugefügt, mein Lieber. Zeig den Muslimen Jesaja 53 gerne. Aber ich schalte gerne die Kommentare aus, weil ich lasse nicht zu, dass irgendwelche Menschen über meinen Glauben lügen. Sie sollen lieber das Wort Gottes hören, anstatt sinnlose Kommentare reinzuschreiben, diese Muslime. damit der Mund derer, der gestopft wird, der Lügen über den Herrn erzählt. Wie Paulus sagt, wenn sie lügnerisch gegen euch lügen und gegen den Herrn lügen, dann stopft ihnen den Mund mit dem wahren Evangelium Gottes. Und das tun wir jetzt mit Jesaja 53. Lesen wir mal, damit sie keine Ausrede haben. Und wir haben die Schriftrollen in der heutigen Zeit gefunden. Die ganzen Jesaja-Schriftrollen wurden gefunden. Und sie sind in einer perfekten Ausstattung in der Hinsicht, dass man es alles lesen kann. Und was sagt die Jesaja-Rolle? Jesus ist Gott. Und die Jesaja-Rolle, die gefunden wurde, ist datiert auf 300 vor Christus. Eine Schriftrolle, die seit 2300 Jahren gefunden wurde. Und diese Schriftrolle sagt im Alten Testament, Jesus ist Gott. Und dennoch sind zwei Milliarden Muslime irregeleitet und auf dem Weg in die Verdammnis, wenn sie nicht Buße tun und den wahren Gott erkennen und keinen arabischen Mondgott, der sich Allah nennt, für uns fremd ist und aufträgt, die Juden und die Christen zu töten. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aufs dürren Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von denen. Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft. Meine lieben Muslime, ich lese gerade in der Heiligen Schrift im Alten Testament in Jesaja 53 über den Messias und was hat der Messias im Alten Testament für dich getan? Er starb am Kreuz für dich und das ist geoffenbart worden 700 Jahre vor Christus. Für wahr, Jesus, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Jeschua, Hamaschirach, meine Lieben. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missertaten zerschlagen. Für unsere Sünden wurde der Messias durchbohrt. Im Alten Testament ist das eine Prophezeiung auf Jesus Christus. Er ist für deine Sünden durchbohrt worden am Kreuz. Er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missertaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherrer und seinen Mund nicht auftut. In Folge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn die Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug wurde in seinen Mund gefunden. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Jesus hat unsere Sünden am Kreuz getragen. Jesaja 53 Ich glaube, das hat schon genug ausgesagt. Möge der Herr Jesus Christus euch wirklich retten. Die Juden sind zu blind, um das zu verstehen und die Muslime sind ebenso zu blind, um die Heilige Schrift zu verstehen. Möge der Vater und der Sohn und der Heilige Geist euch recht leiten in die Wahrheit und eure Sünden vergeben. Ernsthaft, wie kann man so blind und verstockt sein, um die Tora nicht studieren zu können mit dem Neuen Testament? Vergebung der Sünden nur durch Jesus Christus. Ihr schmeißt eure Seelen weg. Ihr schmeißt eure Seelen weg, weil ihr nicht einmal in der Lage seid, ein Buch zu lesen und zur Wahrheit zu finden. Ihr schmeißt euch selbst in die Feuersee, in den Feuerofen, wo das Heulen und das Zähne knirschen ist, in die äußerste Finsternis, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt, weil ihr zu verstockt und zu stolz und zu arrogant und zu hochmütig seid, die Gnade Gottes in Christus anzunehmen. Ihr seid so dermaßen egoistisch, dass ihr eurer Seele nichts Gutes tut. Glaubt an den Sohn Gottes und empfängt ewiges Leben. Glaube an den Sohn Gottes und du hast ewiges Leben. Ihr schmeißt eure Seelen weg, weil ihr zu stolz seid, einem Mondgott nachzufolgen, der sich Allah nennt und sein Gesandter, der laut der Bibel im Totenreich ist, Mohammed, der ein verfluchtes Evangelium dem Menschen dargegeben hat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Kein Mensch wird zum Vater kommen, außer durch mich. Niemand wird zu Gott, dem Vater, kommen, ohne den Sohn Gottes. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott, dem Vater und den Menschen und das ist der Sohn des Menschen, Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, dem Vater, ohne den Sohn Gottes. Vergebung der Sünden durch Christus, Frieden mit Gott nur durch Jesus Christus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die toten Menschen die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, sie werden leben. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Moses hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich keinen Menschen verliere, die er mir gegeben hat, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass jeder Mensch, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manne gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Amen. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Wahrheit und Leben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in euren Sünden sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Dann sagt der Herr in Johannes 8, Vers 23, ihr seid von unten, ich bin von oben, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Jeder von euch wird in seinen Sünden sterben ohne den Sohn Gottes. Meine Lieben, bitte, an die Muslime auch, wacht auf. Es geht um keine Debatte, es geht nicht um Geld, es geht nicht um Anerkennung, es geht um deine ewige Seele. Es geht um deine Seele, wo deine Seele Platz finden wird, wenn deine Seele deinen Körper verlässt, ob deine Seele und dein Geist in den Totenreich geschmissen wird, in den Hades, in Gehenna, im Scheol, oder kommt deine Seele und dein Geist zum Vater und es ist nur möglich, zum Vater zu kommen, wenn du geglaubt hast. Es geht nicht um Anerkennung, es geht um deine ewige Seele. Wir haben es langsam verstanden. Einige verstehen es dennoch nicht. Ich könnte die ganze Bibel auslegen, dennoch gibt es Menschen, die in ihren Herzen verstockt sind und nicht glauben können. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe die Vollmacht, mein Leben zu lassen und ich habe die Vollmacht, mein Leben wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich vor meinem Vater empfangen. Amen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jeder Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder aber die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie werden brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr meiner Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein her tut. Euch aber habe ich meine Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit ihr den Vater, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinen Namen. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn euch die Welt hast, du wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr Welt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen, haben sie auf mein Wort nicht gehört, so werden sie auch auf euer Wort nicht hören. Aber das alles werden sie euch antun, um mein ins Namens willen, denn sie kennen den Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Amen. Sehr wichtig. Und jetzt lesen wir noch das mit Pilatus, das lese ich so gerne. Pilatus ging ins Praetorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihnen, redest du das von dir selbst aus oder haben es andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben mich dich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. So, und was sagt der Herr in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit niemals verloren gehen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wer dem Sohn Gottes nachfolgt, der ist in der Wahrheit. Wer dem Sohn Gottes nicht nachfolgt, der ist in der Lüge und folgt dem Satan nach. Wer nicht dem Sohn Gottes nachfolgt, der folgt dem Teufel nach. Wer nicht Jesus als den Herrn bekennt vor seinem Tod, so wird er sterben als ein Kind des Teufels, weil er die Gnadengabe in Christus Jesus durch Gott, den Vater, der ihn gesandt hat, abgelehnt hat. Wer die Gnade Gottes in Christus ablehnt, das Werk am Kreuz und die Auferstehung und in seinen Sünden stirbt, so stirbt er durch die Lästerung gegen den Heiligen Geist und geht für alle Ewigkeiten verloren. Wenn ihr nicht glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, was steht hier? Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Jesus spricht zu den Pharisäern, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern der Vater hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit und Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lügen. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen, wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes, darum könnt ihr nicht hören, darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Jeder, der aus Gott ist, der hört auf das Wort Gottes der Bibel. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche die Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott der Vater in dem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Im anderen Wort, Gott der Vater schickt Gott den Sohn und verurteilt auf das Fleisch des Sohnes alle Sünden der Welt. Denn die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, sie trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht, diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist tot, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, das sind die Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Was sagt der Herr, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist Gottes zu sagen hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ja, ich sage aber, wandelt im Geist, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist Gottes geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstzucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die Menschen, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, sondern einander beneiden. Amen. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und das Unterpfad unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seine Herrlichkeit. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem wir alle Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe erträgt. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung und eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater über allen und durch alle und in euch allen. Und wir lesen nochmal wieder Epheser 6, Abvers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhaften könnt gegen die listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, Dämonen, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher, der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte, der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt, so steht nun fest und euer Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefeln mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift das Schild des Glaubens und mit ihrer feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allen Gebet zum Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen und auch für alle, damit das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Gleichnis des Evangeliums bekannt zu machen. Amen. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Als Jesus in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott, der Vater, auch über alle Maßen erhöht, um ihn einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in der Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Amen. Ich vermag alles durch Christus Jesus, der mich stärkt. Philippa 4,13 Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus Jesus. So, ähm, wie geht's euch, Leute? Heute bin ich Cowboy. Danke für den Cowboy-Hut. Mir geht's auch gut. Du bist ein Soldat. Amen. Für den Herrn Jesus Christus. Unsere Waffe ist Gottes Wort, die Bibel. Amen. So, ähm, möchte jemand Buße tun? Lebt jemand in Sünden? Hoffentlich nicht. Möchte jemand Buße tun? Hat jemand gesündigt? Möchte jemand Buße tun? Möchte jemand den Herrn Jesus Christus annehmen oder Buße tun? Wir können es nicht verstehen. Ja. Lebt jemand getrennt von Gott? Möchte jemand Buße tun und den Herrn Jesus Christus annehmen? Was bedeutet Halleluja? Ha-le-lu-ja. Gelobt sei Yahweh. Gelobt sei Gott. Yahweh Elohim. El Shaddai Adonai. Yahweh. Ha-le-lu-ja. Ja. 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 Ja, okay. Ja, ich. Wie groß? What in the world is he talking about? Was meinst du, wie groß? Also, wie groß ich bin? Ähm. 1,82. Sowas. Kommt Jesus bald. Wir leben in der Endzeit, ja. Also in den Venen der Endzeit. Ich habe keine Motivation, Bibel zu lesen. Das ist der Teufel, kann ich dir jetzt schon sagen. Ich bete und frage, ob es besser wird. Und aber irgendwie nicht, ja. Ich gebe dir einen Tipp. Öffne deine Bibel und lies sie. Das ist mein Tipp. Öffne sie und lies sie. Der Teufel möchte nicht, dass du sie öffnest und liest. Keine Konfessionsfragen, keine Konfessionsfragen, ah ah, wird nicht beantwortet hier. Ich habe Besseres zu tun als irgendwelche Konfessionsfragen. Solche Fragen könnt ihr zu eurem Priester, eurem Pastor oder sonst wen gehen oder auf YouTube. Keine Konfessionsfragen. Keine Konfessionsfragen. Der Herr Jesus Christus segne euch alle und eure Familien. Amen. Ich bin ein Evangelist und kein Lehrer der katholischen oder orthodoxen Kirche. Ich bin auch keiner, kein Missionar und kein Pastor. Ich bin ein Evangelist, berufen das Evangelium zu predigen und nicht berufen euch zwischen katholischen oder orthodoxen einen Unterschied zu geben. Ich bin dazu berufen und dazu in die Welt gekommen, das Evangelium zu predigen, zu lehren und zu evangelisieren und nicht üben, welche schwachsinnigen Fragen, die sowieso eine Spaltung innerhalb der Christeneinheit sind, zu beantworten. Ich bin nicht geboren, euch jetzt irgendwelche Fragen zu beantworten, die sowieso ihr vergisst nach fünf bis zehn Minuten, die ihr auf YouTube angucken könnt, sondern ich bin geboren als ein Evangelist. Der eine hat so eine Gabe, der eine hat so eine Gabe. Der Herr sagt, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern Gott, den Vater, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht Gott, den Vater, der mich gesandt hat. Der Herr Jesus Christus sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wer davon isst, der wird in Ewigkeit nicht hungern und nicht dürsten. Der Herr Jesus sagt, ich bin das ewige Leben. Also, meine Lieben, will jemand den Herrn Jesus Christus annehmen, bevor ich auch offline gehe, möchte jemand Jesus Christus annehmen, möchte jemand Buße tun, möchte jemand Buße tun oder den Herrn Jesus Christus annehmen. Amen. Okay, stark. So, ich sage euch schon davor, wer Jesus als seinen Herrn annimmt, der ist dazu berufen, auch wirklich da zu wandeln, im Licht zu wandeln. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherwandern, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ihr seid dazu verpflichtet, wenn Jesus euer Herr ist, auch leben, was der Herr in seinen Schriften sagt. Warum nehmt ihr mich her, her, aber tut nicht, was ich euch sage, sagt der Herr. Warum nehmt ihr mich her, her, aber ihr tut gar nichts, was ich euch sage. Denn dieses Volk ehrt mich nur mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Also bitte, nehmt das ernst als Christen. Ihr seid dazu berufen, Frucht zu bringen. Und nicht irgendeinen schwachseligen Lebenslauf zu vollbringen, der sowieso in Zukunft nur verderben ist, im Fleisch zu leben. Habt nicht lieb, die Welt noch, was in der Welt ist, denn alles, was in der Welt ist, ist die Fleischeslust und die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich lese euch das nochmal vor, als Ermahnung und Züchtigung für jeden Menschen, der sich nicht beherrschen kann. Es gibt Christen, die können sich einfach nicht beherrschen und darum möchte ich eine Ermahnung aus Markus vorlesen. An diejenigen, die sich nicht selbst beherrschen können und lieber die Begierden des Fleisches vollziehen, anstatt dem Geist zu wandeln und im Geist zu wandeln. Wenn deine Hand für dich ein Anstoß zu Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zu Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer niemals erlischt. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß... Als du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Gott ist die Liebe. Aber warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Jeder gute Baum bringt gute Frucht. Ein schlechter Baum bringt keine gute Frucht. Jeder Baum, jeder Mensch, der keine gute Frucht bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes 15 Wenn ihr schon Jesus als euren Herrn annehmt, so wandelt auch, wie jener gewandelt ist, in Heiligkeit und mit der Frucht des Heiligen Geistes in Sanftmut, Demut, Friede und Selbstbeherrschung, in Liebe wandeln. Wer mich vor den Menschen bekennt, vor dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen, wenn er kommen wird, in der Herrlichkeit des Vaters mit allen heiligen Engeln. Wer sich um meine Worte schämt, vor dem wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird, in der Herrlichkeit des Vaters mit allen heiligen Engeln. Welcher Mensch mich aber vor den Menschen bekennen wird, so wird auch der Sohn des Menschen vor ihn bekennen, wenn er kommen wird, in der Herrlichkeit des Vaters und allen heiligen Engeln. Also, wer Buße tun möchte oder den Herrn Jesus Christus annehmen möchte, der soll jetzt mitbeten. Jeder Mensch, der den Herrn Jesus Christus annehmen möchte, jeder, der Buße tun möchte, der soll jetzt mitbeten. Ich bitte euch, nehmt den Herrn Jesus Christus an, tut Buße und glaubt das Evangelium Gottes und lebt auch danach. So. Leute, hört man mich gut hier? Kann man mich gut hören? Hört man mich oder nicht? Ja? Okay, sehr gut. Also, Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinen Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Mund bekennst du, um gerettet zu werden und mit dem Herzen bekennst du, um gerecht zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und wir rufen jetzt alle zusammen den Namen des Herrn an. Jeder, der Buße tun möchte, jeder, der den Herrn Jesus Christus annehmen möchte, der soll jetzt mitbeten. Ich werde vorbeten und wenn ich sagen werde, spricht mir nach, dann könnt ihr gerne nachsprechen. Leute, bekennt den Herrn nicht nur mit dem Mund, sondern mit dem Herzen. Und betet jetzt mit. Betet mit. Ich werde die Kommentare auch ausschalten, aber vorher musste ich kurz jemanden hier stumm schalten. So. Jetzt schalten wir die Kommentare auch aus für ein paar Minuten, damit jeder in Ruhe jetzt beten kann. Jeder, der Buße tun möchte oder den Herrn Jesus annehmen möchte, der soll jetzt mitbeten. Mitbeten. So. Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus, Herr, ich komme vor deinem Thron, Herr, durch den Heiligen Geist. Vater, ich bete nicht, dass so viele Menschen mir bei Beten zuhören, sondern ich bete, Herr, dass diese Menschen gerettet werden und du ihnen den Heiligen Geist gibst und sie erfüllst und leitest mit dem Heiligen Geist. Dass du sie abwäschst von aller Sünde, von allem Schmutz und als neue Schöpfung in Christus sie verwandelst, Herr. So. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen möchte, jeder, der gerettet werden möchte, jeder, der ewiges Leben empfangen möchte, jeder, der Buße tun möchte, der soll jetzt sprechen. Ich glaube, dass der Herr Jesus Christus der ewige Sohn Gottes ist. Das Wort Gottes, Gott selbst im Fleisch. Dass der Herr Jesus Christus für meine Sünden und für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz gestorben ist und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden ist. Wir wiederholen das nochmal. Ich glaube, dass Jesus Christus der ewige Sohn Gottes ist. Das Wort Gottes, Gott selbst manifestiert im Fleisch. Ich glaube, dass der Herr Jesus Christus für meine Sünden ist, dass der Herr Jesus Christus für meine Sünden und für die Sünden und für die Sünden und für die Sünden und für die Sünden.